Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei meinem Kanal. In diesem Video habe ich für euch eine neue Rennstrecke von Paw Patrol. Es heißt Rockies Bahn Rescue und gehört zum Roll Patrol Kollektion. Wir bekommen dazu Rocky und ein Farmer mit seinem Auto. Jetzt lass uns die Schachtel öffnen und damit spielen. Wow, wir haben auch Aufkleben mit dem Insigne von Paw Patrol. Und viele Tiere. Und diese ist die Broschüre mit die Teile und die Instruktionen, wie man es aufbaut. Da haben wir alle Schritte bis zum letzten. Jetzt sehen wir ein bisschen die Komponenten. Fangen wir mit Rocky an. Hallo Rocky. Er schaut wunderbar aus. Da haben wir den Farmer mit seinem Auto. Die Räder drehen sich und da hat er Platz für Rocky oder andere Sachen. Und los geht's Rocky. Sehen wir, was wir noch haben. Und hier ist die Komponenten. Ein Bauernhof mit einer Kuh und zwei Hühnern. Sehr toll. Und neben gibt es Heu für die Tiere und drauf befindet sich ein Knopf. Die Gebäude ist aus Holz und hat Zaun für die Tiere. Und auf dem Dach befindet sich ein Wetterpfanne. Wenn sich diese dreht, dann werden die Tiere befreit. Oh nein! Und diese sind die Teile für den Weg. Jetzt lasst uns den Bauernhof aufbauen. Na los! Ja, jetzt los. Ja. Fertig. Dieser ist er ja. Jetzt spazieren wir ein bisschen. Dieser Set ist kompatibel mit Lounge & Roll Lookout Tower, welchen wir in diesem Video auch benutzen werden. So, jetzt haben wir die zwei Sets aufgebaut. Sie schauen sehr toll aus. Jetzt lasst uns spielen. Es kommt ein Sturm. Ich muss mich beeilen. Oh nein, die Brücke. Ich brauche Hilfe. Hallo, wie kann ich Sie helfen? Die Brücke ist zerstört und ich bin stecken geblieben. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde sie gleich lokalisieren. Ich habe es gefunden. Wir müssen eine Lösung finden. Bravo, du hast eine Mission. Bitte reparier die Brücke. Verstanden, Ryder? Noch ein bisschen. Perfekt. Fertig. Juhu. Juhu. Danke, Rubble. Jetzt muss ich schnell nach Hause gehen. Komm, gehen wir. Oh oh, die Kuh ist frei. Was machen wir jetzt? Kein Thema. Ich bin da. So. Rubble, du hast uns wieder geredet. Meine liebe Kuh. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergisst nicht mehr einen Daumen nach oben zu geben und sicher meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.